Jetzt hat man da noch so einen kleinen, ja, da könnte man die Hunde reintun, so einen Zwinger. Da rennt Finnel, zaut. Du, ja. Zaut, wie die Finnel zündet. Wisse, wisse. Wisse, wisse. Wisse, wisse. Wisse, wisse. Wisse, wisse. Ich brauche mal... Ich muss das weiter von ihm. Dann brauche ich mal eine Tür. Den Redfroß brauche ich nicht. Ich brauche eine normale Tür. Eine davon. So. Was soll er jetzt? Hab ich das nicht auf die Taste gelegt? Ne, überhaupt nicht. Dann brauche ich einmal die Zwei. Nein, die Drei. Wie kriege ich das denn? Eifel. Fiebel. das ist jetzt ohne schlechte erste gefängnis habe ich das ist doch schön gleich mal gucken findles gefängnis ich eile ich habe kein licht außer noch ein bisschen zeig mal du scheiße ja fehlt aber noch eine britsche hier drin ja aber da kommt so eine olle britsche rein muss mal gucken irgendwo lagen mal welche rum das sind alle stone foundations kann man eine ceiling machen im loch würde ich jetzt nicht machen ja ist doch nett schönes gefängnis darfst du reingehen das war so leute pants guck die stangen oben raus ja ein bisschen da kannst du was drauf stellen das sind aber metall also stein dinge komme ich rutsche wieder das sind ja die großen die die stein auch hier sind die metallen da sind hier sind die metall länger da rutscht man ja ja stellst du da halt was drauf oder so ja ja da kommt eh noch was hin aber ist trotzdem blöd dass man darauf rutscht da gibt es aber auch so ein fleck für das habe ich mich bei meinem ich hatte so ein tisch gemacht für meinen das eine mod was ich ja am basteln bin und da war das mich auch so dass er drauf rum schwebt er gab es so eine einstellung dass er das dann nicht macht so machst du das ganz dicht da musst du noch eine tür rein hier ja hier muss noch irgendwas rein aber ich habe foundation mehr zu kleine steinfeldische tür da musste aber hier noch im boden setzen hier ist ja kein ich habe ja hier oder von oben ich habe frau die schön wo da kann man von oben runter da geht auch wie von oben ja hier hängt seiner decke dran ja das kümmern wo ich mal hier brauchst eine wand und zwei türen zwei türwände meine ich weil die in den boden reinhagen sonst kommst du ja nicht mehr durch gut haben wir hier noch irgendwas da haben wir noch ja von diesem kriegt man da ja nicht hin was soll das muss ich ja rausnehmen habe ich keine zwei gemacht habe ich können zwei gemacht zwei drei und vier sind sieben aber da muss ja eigentlich keine tür rein ins gefängnis da muss keine tür rein nur so ein durchgang ja das stimmt er habe ich mir das heiße auszunehmen ja das ist bloß das problem wie der sie gehen doch wieder nicht in boden da ach so ist ja blöd ja warte mal ich bin noch nicht so weit das kann ich mit viertel wänden machen und sowas na komm schon nein nicht holz stein trotzdem fehlt ja nur eine türwand habe ich die nicht rausgenommen eben doch ich habe trotzdem die hat er nicht gestapelt so eine hochstapler wo sind die ganzen kleinen wände hin wird noch ganz das ist doch sortiert ich wollte es nicht hör auf ich mach nichts ich bastel nur ich wollte auch mal basteln Ja, so geht's. Das hab ich ja fast gedacht. Das hab ich auch fast gedacht. Das hab ich auch fast gedacht. Scheiße, du. Der kriegst nix ran. Das ist doch Sheet Chrome. Jetzt geht's. Witzig. Nur die Säule ist hier im Weg. Bei der Tür. Äh, das ist alles Müll. Ne, das ist doof da. Alles nehmen. Ich mach das anders. Ich mach das weg. Ich mach das weg. Und... Ich hab keine Wände. Willst du mich verarschen, du scheiß Programm? Oh, Mann. Oh, Mann. Ich hasse es. Du setzt da was hin, ne? Auf einmal... Weg in die Leck. Weg in die Leck. Und reißt sie natürlich ab. Warum? Und du hast schief geguckt? Nee. Das kannst du im Video sehen. Es war eindeutig unten das Ding. Beziehungsweise nach unten. Und dann war's nicht da. Irgendwie... Ich weiß nicht was ich sag. Hallo Klopzi. Ach ja. Nee. Aufheben. Leck. 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 Es leckt mal wieder. Jetzt passt es. Kann man hier durchgehen? Da kann man nicht durchgehen. Verarschen, Donnie. So. Noch drei. Oh. Schön ist was anderes. Jetzt noch zwei. Hm. Nicht noch zunächst V-D-Schnir. Ich muss mal die ganzen Tassen nehmen. Oh. Oh. Nee. Das ist doch gut. Hehehe. 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 Oh. Fast richtig. Obwohl, dann kann ich die ja wegnehmen, ne? Wenn ich das da reinbaue. Nee. Bestimmt besser. Falsch rum. Falsch rum. Falsch rum. Richtig rum. Ich habe eine natürliche, ich brauche noch eine Wand da. Aber dann passt das. Ja. Ich hatte doch zwei gemacht. Ich verstehe, dass ich... Ist das Louis? Dass man immer mehr macht, aber der nur einen macht. Oder ich weiß auch nicht, was ich da mache. Vielleicht war ich auch zu langsam beim rausnehmen. Ja. Mir fehlte eben auch eine. Die hatte ich irgendwie nicht gebastelt gehabt. Stehe ich halt nicht. Irgendwie. Ich bin der und letztendlich sicher, dass ich zwei gemacht habe. Kann ich ein Video sehen. Da sieht man es ja auch nicht dann. In der Matrix passiert das alles. So. Das ist ein bisschen ineinander, die Wände, aber das ist auch geil. Guck mal, es ist halt so ein Durchgang. Anders geht es nicht. Nö, ist doch gut. Reicht doch. Ja. Finde ich auch gut. Weißt du, was ich nicht schön finde? Dass man hier... Mal hier so runter, so... Ich weiß nicht, so auf den Dreck guckt. Hast du da eine Idee? Dass man hier so auf den Dreck guckt. Wie auf den Dreck? Mal hier so. Ja, dann machen wir da noch was hin. Weiß ich nicht. Lass erst mal. Ich wollte auch keine Idee zu. Und da hinten ist ja auch noch... Wir können aber auch... Ja, aber das bot sich hier gerade so schön an, dass einfach... Ja, die Treppe kann ja auch woanders hin. Der eine Reingang hier hinten reicht ja eigentlich auch. Ja. Ne, eigentlich brauchen wir zwei. Ich meine, hier gibt es ja sowieso noch mehr. Hier hinter der Säule. Weißt du was, das machen wir hier einfach zu. An der Küche. Wo? Hier einfach die Treppe weg und zu machen. Einfach zu machen. Ja. Aber hier unten könnte man auch... Ja, stimmt. Ja, machen wir auch. Da mache ich hier auch ganz zu. Von der Küche aus geht man nicht ins Gefängnis? Na, vielleicht doch. Man muss die Gefangenen ja auch mal füttern. Die kriegen nichts zu essen. Da machen wir so ein Loch in die Decke. Da können die das runterwerfen. Na ja, ist ja wieder Fluchtgefahr. Ja. Ja klar. Nein. Mach einfach die Treppe weg. Ja. Loch zu. Ich brauche die aber noch ein bisschen. Fertig. Ich muss hier noch ein bisschen basteln. Mhm. Ich brauche wieder Wände. Ich brauche wieder zu wenig Wände. Nein, nicht Holz. Stein heißt mein Holz. Jetzt mache ich mal ein paar mehr, weil ich die sowieso wieder alle fett dateln. So, das brauche ich und das brauche ich. Oh, es wird wieder hell. Ich freue mich. Ja, selbst diese Kleinigkeiten, ne, die nehmen ja doch Zeit in Anspruch. Ich rutsche mit der Kutsche. Hm. Geh mal weg. Danke. Das muss ich nämlich so machen, sonst ist das doof. Falsch rum. Hä? Morgen ist das Programm. Ähm. Oh, fertig. Oh, die Wand dicht gemacht hier. Irgendwie dicht gemauert. Oh, ist dicht. Ach, ist ja noch ein Gefängnis gemacht. Ja. Warum machst du nicht diese anderen? Ach, du sagst, die Tore gehen nicht, die Kleinen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da müssen doch Pritschen. Ich konnte die kleinen Tore nirgends hinsetzen. Darum habe ich kleine Türen gemacht. Und ich finde das auch ganz gut, so wie es ist. Echt? Ja. Äh, echt? Ja. Äh, echt? Ja. Äh, echt? Ja. Wo ist das ganze Stroh schon wieder? Ach ja. Ich mach mal zwei Betten. Ne? Ja. Und mach noch bitte einen Tisch und zwei Stühle. Aber nicht für die... Sie sollen doch nicht da drin sitzen. Nein, für die Wachstube. Ach so. Da müssen ja hier... Welche sitzen und so. Hier ist kein Strom mehr. Das verstehe ich jetzt nicht. Einfaches Beet. Ne Bett. Kann man so ne Liege da reinstellen? So ne Sonnenliege. Nee. Ich komm da ja gar nicht rein. Wo sie hier lang. Weißt du, so kann man ja auch rum. Das ist auch toll. Du gehst einfach durch die Mauer, wenn du da hinten bei der Küche... Das ist ein bisschen umständlich. Ne, ich geh außen rum. Ja, kann man auch. Ja. Ne? Mhm. Ich hab jetzt noch keine... Gibt's denn immer die Stühle und Tische? Ja, ich hab die doch gar nicht gemacht. Guck mal, komm mal her. Wo soll ich die denn hernehmen? Ich muss erst mal die machen. Komm mal her. Komm mal hier rein. Ja, ich bin gegen die Tür gelaufen. Ja. Hier soll die Wachstube hin. Ja, kann man ja machen. Ja. Aber hast ja schon Fackeln, das ist gut. Das war das erste Mal, da muss ich ja... Was ist denn da drin? Strukturen? Nö. Hm. Gut. Was brauche ich denn da? Hm. Das verstehe ich jetzt nicht. Wo ist denn dieser Tisch hin? Da. Metallbeuter für. Warum auch immer. Was wahrscheinlich nicht mehr hier drin sein wird. Hast du das ganze Metall hier rausgenommen? Warum? Warum? Nicht das gar nicht. Ich brauche Rohmetall. Ja, da ist auch Rohmetall irgendwo noch drin. Ja, aber hier nicht mehr, wo ich das reingetan habe vorhin. Hm. Da auch nicht. Nicht alles verschmelzen. Ich bin zu spät. Ich hab verschmulzen. Ich hab verschmulzen. gesagt, dass das doof ist. Ich hab ja für diese Mr. Rad Tools, da brauchst du Rohmetall. Und auch für die Skarsel Mod Krempel. Dann müssen wir noch mal losfliegen. Hätten wir nicht. Du musst jetzt nicht alles verbraten. Ach, irgendwo wird schon noch was sein. Und zwar, guck doch mal in dem Karstel Teil rein. Ist überall nichts mehr drin. Deswegen kann ich dir den Tisch nicht bauen. Na, dann lass den Tisch. Mach mal einen anderen Tisch. Ich hab einen Holztisch. Hatte ich nicht noch irgendwo einen Tisch? Tisch? Hier sind noch Metalle. Außer was schweigen gehabt, du. Hab mal einen anderen Tisch genommen, ist egal. Ich glaub, irgendwo hat die auch noch einen. Nee, hier nicht. Da. Nee, da auch nicht. Dann komm ich mal wieder rum. Nee, sieben. Ich komme! Da muss man ja komisch... Aber irgendwie ist das abenteuerlich unsere Burg. Das find ich richtig geil. Ja, abenteuerlich ist sie. Weil... So schön verwinkelt. So wie ich mir das vorgestellt hab. Pingu-Eier. Naan! Ja, das Pingu-Eier. Ich kann ja wieder nicht sitzen. Da kann ich sitzen. Da kann ich sitzen. Da kann ich jetzt aussitzen. Das ist ja doof. Ja? Ja, die Fackeln... Die sind neunmal zu zehnt und die füllt da nicht automatisch nach. Das fand ich jetzt doof. Ja, das ist doch klasse. Eigentlich brauchten wir eigentlich nur so ein Spiel, wo wir eine Burg bauen können. Ja, wo du irgendwas bauen kannst und alles schick einrichten mit ganz vielen Sachen. Aber was eben auch schick aussieht. Die Burg ist der Hammer, wirklich. Ja, die haben wir gut gemacht. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, das ist schon mal. 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 Ja, das ist schon mal.